Moin Moin Leute und herzlich willkommen zu einem CS GO Let's Play. Ich wollte euch heute einfach mal meine nicht vollenden Skills zeigen. Ich habe ein bisschen an meinem Mikro rumgefummelt, jetzt nicht falsch verstehen, und da habe ich es jetzt geschafft, eigentlich eine gute Qualität zu erstellen, also in den Einstellungen. Und ich hoffe, euch gefällt das auch, oder ihr bemerkt das, oder falls euch was nicht gefällt, oder ihr merkt das, oder ihr sagt, jetzt ist es voll schlecht geworden, dann sagt mir das bitte in den Kommentaren. Wenn ihr nichts reinschreibt, dann denke ich, dass alles okay ist. Und wir spielen hier gerade wett, falls es jemanden interessiert. Das lief doch mal gerade sehr amüsant, war das doch gerade hier. Oh, servus, servus. Oh, das lief ja gerade, wow. Mein Gott. Boah, das war klar, dass der hinter mir war, das war irgendwie... Das hat man direkt gehört. Gespürt. Ah ja, servus. Ach, scheiße. Momentan sind wir noch zweiter. Ja, jetzt sind wir... Okay, jetzt sind wir dritter. Oha. Ja, das... Das war's. Schade Schokolade. Scheiße. Das wollte der eigentlich was... Ja, okay, wir hatten nur vier Leben. Da kann man schon mal... So ein bisschen den Löffel abgeben. Ah ja. Ich bin nicht so da... Ich stehe nicht so da drauf, wenn jemand hier in mein Mikro brüllt. Äh, in sein Mikro brüllt. Ich tue mal, als ob ich den linken hier nicht sehen würde. Ach! Ja, ich habe es halt drauf. So, jetzt müssen wir auch mal ein bisschen aufräumen. Hier, das kann ich angehen. Ah ja! Hat es mir nicht zu wenig Leben? Das ist schon... Huch! Wollte ich doch gar nicht. LOL! Ist das ein Hacker? Ach, der kriegt den jetzt! Ah ja! Ans Wurst. Gibt's doch nicht. Ah ja, der... Ja, das ist natürlich klar. Nee. So. Schönen guten Tag! Ja, der hat uns mit der... Ach, mit der Schrote. Ist doch langweilig hier. Geht doch gar nicht. Das gibt's doch nicht. Nee. Also, irgendwo ist auch mein Bogen sehr doll überspannt. Wo ist er denn? Der Hans Wurst. Ach ja. Ach ja. So sieht's aus. Das gibt's doch nicht. Gehen wir mal einfach mal... Also, anfangs waren wir noch richtig gut. Und dann... Ja, verkacken wir wieder. Und der kriegt ihn jetzt. War wieder klar. Das war mir natürlich wieder komplett klar. Der kriegt ihn schon wieder. Das gibt's doch nicht. Ich geh hier so gut wie down und der... Der snackt sich einfach alles. Das gibt's doch einfach nicht. Bin ich etwa so schlecht? Das ist mir noch nie aufgefallen. Jetzt haben wir aber einen hier. Jetzt gehen wir auch mal hier rein ins Gefecht. Jetzt haben wir mal einen guten Tag. 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 Ah ja. Komm, Alter, sagt er. Ah ja. Das ist natürlich wieder was ganz Nettes von diesem Spiel. Ja, ist natürlich okay. Das brauchen wir ruhig direkt. LOL. Das gibt's doch nicht. Also, ja. Also, ich find... Wir befinden uns... Level 8. Ich finde, kann man mal durchaus durchgehen... Lassen. Ich bin nämlich noch nicht... Ich würde uns ja eigentlich hier... Ich würde ja eigentlich was anderes spielen. Im Wettkampf oder so. Aber das kann ich leider noch nicht spielen. Das ist mein Problem. Der nächste, der hier reinkommt, wird sich freuen. Ja, gut. Ui, den haben wir. Schönes... Ding. Ui. Hat mich aber jemand gerade erschreckt. Huff. Ah ja. Das natürlich. Mit sowas muss man natürlich immer rechnen. Ich greife doch nicht meinen Teamkameraden an. Was denken die von mir? Ah ja. Das find ich echt sehr amüsant, wie die sich dann hier immer von hinten anschleichen und ich das gar nicht bemerke. Ah ja, es wäre jemand ein goldenes Messer. Aha. Kann sich... Da oben ist der Messertyp. Hilfe. Ah ja. Mit einer Sniper ist natürlich komplett klar. Ah ja. Von da oben auch noch. Ah ja. Also... Ach nee. Das war der bestimmt, ne? Das war der. Ja. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wenn es euch gefallen hat... Kann er mit mir aufhören zu reden? Ich möchte ja jetzt einen schönen Weg haben. Ja, das sind kleine Kinder, die einfach keine anderen Kauspieler haben. Einfach über mitreden wollen, die hier noch CS-Kauspielen. Ja, mit diesen Worten verabschiede ich mich. Über einen Daumen hoch würde ich mich natürlich sehr freuen. Und... Das war's. Bis dahin. Macht's gut. Ciao. tschau. Vielen Dank.